So, die nächste Kampffahrung, das ist jemand, der mir ganz, ganz gut ist. Das ist unsere Alicia Melina Kummer. Alicia, kommst du gut zu uns? Also, fragt mich, ob sie sich ausziehen soll. Hallo. Ich hör nichts von Ihnen, glaub ich doch nicht. Aber ganz schnell auf die Seite. Jetzt kommt Alicia. Hat sie auch gesehen. Nein, aber nicht. Aber hat sie. Genau. Das ist die Antwort auf die Seite. So, Alicia Melina, auf ihrem Kampffahrt würde ich leider noch nie starten und auch bis morgen. Wie sieht's aus? So, das sind 61,7 Kilogramm in weiten Muskelpower. Ich denke, da gibt's einen Applaus für, oder? Ja. Alicia, wie lieb die Korb? Ja, sehr gut. Also, jedenfalls gratuliert, dass ein Hohi so aussieht. Genau, also es ist auch zu sehen, ich habe dich vor einem Monat letztes Mal gesehen und sie jetzt sehen und sagen, hm, schade, ich habe einen Monat nicht drin. Also für morgen toi 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 Alicia. Wir sind noch im Trend. So, Alicia kommt morgen, damit wir das schon mal zumindest gemacht haben, gegen Helena in Osnabama. So, dann kommen wir zu den Homeboxen. Da haben wir zum einen den Toni, das ist unser Rapcon. Toni, bist du da? Ja, ist sie. T-Shirt aus. Du musst die Hose nicht runterziehen. Und Toni, Toni Montana, auf dem Wagen. Dieser Junge ist Toni, genannt Montana. So, Toni, du bist neu trainiert, 90,4 Kilo. Toni, wie sieht es aus für morgen, bist du fit? Ich bin fit, ich wollte euch nur mitteilen, dass mein Gegner abgesagt hat vorher. Jetzt habe ich den zweiten Gegner, der ist heute auch nicht da zur Wage, wie wir sehen. Und ich wollte euch nur noch zusätzlich eins sagen, ich kämpfe diesen Kampf für meinen Freund, der heute leider nicht kämpfen kann. Milliarden Mike aus Hamburg, dem sie ins Bein geschossen haben. Und ein Applaus für den Milliarden Mike. Und ein Milliarden Mike mit dem Milliarden Schuss gewonnen. Also ein Milliarden Mike mit dem Milliarden Schuss gewonnen. wird er auch noch einmal auf den Belgen. Und damit ich den vallend ging. Und dann habe ich das로, was ich gesch depthриサter. Und da war es mir so lange, dass wir jetzt mal wieder etwas anderes sind, Und dann haben wir das erste Mal. Und dann wir, das Wasser aus der thasel. Vielen Dank.